hier und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt minecraft so ich bin hier oft ihn angefangen mit mit dem marktplatz weiter zu machen fertigzustellen wie ich noch vom urlaub wird jetzt nicht hier aber ich kriege ihn noch vor dem urlaub fertiggestellt hat ist richtig aber das war es dann auch wir wollen jetzt hier den fertig machen habe ich keine mehr und haben doch noch im ofen wahrscheinlich noch welche trennen gucken wir mal bei ihm komme ich ja nicht ran ich habe doch wo ist der ofen hier habe ich keine mehr das heißt wir müssen steine farmen gehen oder wie hier ist ja alle voll schnee was hat er denn gemacht für die schnee männer der ersten ganz normal der typ war da ab jerry so haben wir hier nur ein toll dann gehen wir mal fahren dann wollen wir mal steine farmen gehen das ist natürlich immer die beste freude die man hat die kann ich noch gleich noch ein paar machen weil wir brauchen die ziel ich hoffe dass ich weit komme dann schauen wir mal das muss ja auch erledigt werden oh man sieht was ich muss die lampen anmachen da muss ich mir auch noch unbedingt was kaufen ja das was er sieht man trotzdem ok das holen muss hinten runter ja schon leicht durch ne oder ja das geht so ich muss hier einmal hoch einmal anschmeißen da ist das schon an ja da waren drei da waren das schneller geht ne wir müssen ja noch was warten so die perdi scheiße ich brauche die scheiße war aber eine gute anlage gebaut muss ich sagen ja es ist ja auch einfach man er hat da oben pisten hingesetzt da übers lava die pisten gehen nach oben das wasser verbindet sich mit der lava und wird zu stein man könnte aber auch so redstone abbauen äh redstone sage ich schon ähm naja ihr wisst schon obsidian obsidian ja ich glaube obsidian ne um dieses portal zu bauen irgendwie da sein wo haben wir schon hier immer noch zu wenig war immer noch zu wenig mit einer verzauberten spitze ex könnte schneller sein so gib her die scheiße hallo was habe ich gesagt gib her die scheiße ja jetzt bin ich hier unsere zahme cobblestone ja meine frau freut sich schon auf den urlaub mein sohn macht heute den gelb-weißen gürtel heute ist donnerstag morgen am freitag fahren wir also wenn die freude hoch kommt ist alles schon vorbei dann schauen wir mal haben aber noch ein steck heute oben dreistex rein immer mal bei der nase hier ja sonst sehen wir uns nach dem urlaub wieder in der ersten woche kommt da zwei drei video und in der zweiten woche kommt gar nichts aber das ist ja nun weil ich nicht vorprogrammiert habe ich mir gedacht habe heute naja ok nimmst du noch auf heute ist der donnerstag dann nimmst du noch zwei drei videos auf und fertig gestern habe ich noch mit jerry aufgenommen eins hatte ich dann noch gehabt also passt das schon einigermaßen ihr könnt mir ja mal unter die video schreiben was ihr denn so in den ferien gemacht habt wo werdet ihr ferien habt ne ich weiß ja jedes bundesland hatte ja anders ferien und dann schauen wir mal ich werde den markt jetzt auch auskriegen zu ende machen das ist nur noch die eine folge die ich aufnehme ich werde euch auch einen link drunter setzen damit ihr seht wo wo der markt jetzt herkommt wunderbar und das sieht doch gut aus dann können wir auch wieder gehen oh ok nicht connected für mich hat aufgelassen wunderbar ja und dann schauen wir mal also der hat den marktplatz drinnen der hat die windmühle drinnen die ich baue und er hat auch noch ne das haus nicht das habe ich mir so aus dem internet rausgesucht das habe ich mir eine vorlage geholt und versuch das jetzt einigermaßen nach der vorlage zu bauen also nach dem bild mach ich was hier lang hab ich alles weggenommen ja sieht so aus ich lass das hier als reserve kommt noch schöne sachen da brauche ich noch pisten habe ich nur ein ofen so aus dachte ich eine 3 warte ich mache da noch ein dann noch zwei kohle von unten kohle von unten wo ist der ofen da ist der ofen wieso ich hab da schon welche englisch da was soll der quatsch so jetzt gehen wir mal kohle holen von unten hier lang in meinen geheimen gang hä im geheimen gang der offen ist für jedermann es sind viele bei mir hier klauen naja die kommen aber wenig an die kisten aber die können das ganze gemüse klauen so ja die windmühle die werde ich nach links fertig bauen wenn ich wieder auf den urlaub bin hier keine kohle mehr ich muss ja auch hier gucken jeder passt wieder hoch kohle rein und fertig ich hoffe dass ich noch was schaffe und ich nur am stein gefahren bin und brenn hier ein steck und noch ein steck ja das sieht schon gut aus so dann können wir nochmal hoch gehen und den brauchen wir auch noch halt ich von den und den da muss ich auch wieder fahren gehen gleich wir sind 40 ok 44 was ich hab sollte ich da wollte ich erstmal mit weit kommen und dann wollen wir uns auch nochmal wieder hoch steppen wenn man das nicht vorher macht dann muss man sich hier hoch steppen bei und dann wie waren das dann hier hier mache ich dann den hin jetzt habe ich genießt, ja das muss ich gleich bauen wenn ich den hier fertig baue da muss ich gucken wie ich das mache fangen wir hier mit an das war richtig hier war verkehrt ne richtig rein da kommt noch einer rauf Ah mann, ich bin runter gefahren, wertvolles Material, den hab ich hochgefahren, und ich bin hier im Kopf gesetzt. Ein tiefer Junge. Ja genau so. Dann kommst du hier hin. Ja genau so muss es sein, die Wand wird dann hier so hochgezogen und ich habe wieder keine, aber wir müssen ja unten jetzt im ofen hier partner haben oh ja das sind reichlich ja richtig reichlich 1 deck jetzt kommt mir das schwierig, es sieht die Ecke nämlich so dann müssen wir noch ein bisschen her wir machen mal lieber schiff alles wieder abbauen nachher ja natürlich wäre schön wenn man fliegen könnte und das ist natürlich die uhrzeit nicht wie lange ich aufnehme, ich muss mal kurz so machen mein video ist auch fertig so wir sind jetzt bei 14 min ok das gefällt mir nicht ja genau so hier irgendwie um die ecke kommen hey halt, der ist verkehrt hier der muss doch an ne, war richtig, na toll so 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 da haben wir sich auch wieder welche holen dann machen wir ich habe vergessen ja noch mal runter nämlich die deswegen bin ich ja und die auch zu machen 18 ok dann machen wir mal 3,4,24 das sollte auch mal ein bisschen reichen so dann hätten wir das auch ok nicht setzen dann machen wir das so so machen wir das dann kann ich das abbauen und dann kann ich das hier nebenan hinsetzen und die kann ich dann auch jetzt mal hinsetzen genau so soll das sein ne die roten jetzt so dann muss ich da noch was machen ich wollte vernünftig aussehen das kann weg wir machen erstmal von innen alles und dann gehen wir nach außen ok hier kann ich mich hinstellen ich weiß nicht ob die anderen jetzt auch runter geht ich glaube eine noch aber wir machen jetzt erstmal so hin da war darunter gehen wir denn auch nicht weil das sieht dann nicht mehr schön aus machen wir das so und dann reicht das für die ecke genau so ich bin gespannt wie weit ich komme heute wir dürfen wieder bei 19 minuten den rest nicht aufgeben fertig machen natürlich ist das scheiße wo man nicht fliegen kann aber was soll's bis dann euer Julio 1968 Ciao